Musik Wisst ihr noch? Lukas, der Lokomotivführer, und Jim Knopf waren mit ihrer verkleideten Lokomotive Emma unerkannt in die Drachenstadt Kummerland eingedrungen. Sie hatten die Höhle des Drachen Malzahn gefunden, wo dieser die kleine Prinzessin Lisi und viele andere Kinder gefangen gehalten hatte. Und nach einem schweren Kampf zwischen der Lokomotive und dem Drachen war es den beiden Freunden gelungen, ihn mit Ketten zu fesseln und ihm das Maul zuzubinden. Nachdem alle Kinder befreit waren, gab es natürlich zunächst einmal großen Jubel. Hört mal alle zu. Ruhe, Ruhe. Hört zu, Leute. Wir wollen keine Zeit verlieren. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ich schlage vor, wir beraten erstmal, wie wir am besten aus dieser ungemütlichen Drachenstadt herauskommen. Ja, Emmas Verkleidung ist bei dem Kampf ziemlich kaputt gegangen. Die Drachen würden jetzt bestimmt etwas merken. Außerdem hätten wir auch gar nicht alle Platz im Führerhäuschen. Wir müssen uns also einen anderen Plan ausdenken. Ja. Sag mal, Lisi. Ja, Jim. Die kleine Flaschenposten von dir, die sie in China aus dem Gelben Fluss gefischt haben. Wo hast du die eigentlich ins Wasser geworfen? Hier hinter dem Haus ist so ein großer Brunnen. Aha. Kann man ihn von hier aus mal sehen? Ja, wenn ihr durch dieses Felsenloch hinunterschaut. Lukas und Jim steckten ihre Köpfe durch das Loch in der Steinwand und blickten in die Tiefe. Es war draußen schon ziemlich dämmerig, aber man konnte unten noch gut einen großen, dreieckigen Platz erkennen. In seiner Mitte stand ein gewaltiges Brunnenbecken, in dem ein mächtiger Quell goldgelben Wassers entsprang. Rauschend strömte es über die Ränder des steinernen Rundes und bildete einen breiten Fluss, der sich durch den Grund der düsteren Häuserschluchten davonschlängelte. Wenn Lissis Flaschenpost mit der Strömung bis nach China geschwommen ist, dann müssten wir es doch vielleicht auch können. Mit Emma. Oh, Donnerwetter, Jim. Das ist deine Idee. Ich kann aber nicht schwimmen. Brauchst du auch nicht, kleines Fräulein. Wir haben da nämlich ein prächtiges Schiff. Wenn man weiß, wie es gemacht wird, dann schwimmt unsere gute dicke Emma-Wien-Schwan. Allerdings brauchen wir dazu Teer, um alle ritzenwasserdicht zu machen. Auch Teer gibt's hier genug. Der Drache hat ein paar Fässer davon in seiner Vorratskammer. Teer ist doch das Lieblingsgericht für Drachen. Nun, der Teer in den Fässern war bald über einem lodernden Feuer in der Drachenküche flüssig gemacht. Jim und Lukas bereiteten ihre gute alte Emma für die Reise auf dem Wasser vor, genau so, wie sie es damals gemacht hatten, als sie von Lummerland aus in See gestochen waren. Nur brauchten sie diesmal natürlich kein Segel. Sie ließen das Wasser aus Emmas Kessel ab, damit er voll Luft war, und verschmierten alle Ritzen an Türen und Fenstern wasserdicht mit Teer. Als sie endlich fertig waren, war draußen bereits stockdunkle Nacht. Die Drachenküche war nur vom Schein des prasselnden Feuers erhellt. Was wollen wir eigentlich mit dem Drachen anfangen? Den nehmen wir mit. Ich möchte den nämlich noch einiges fragen. Mitnehmen? Ja. Aber er ist doch viel zu schwer. Da geht er mal bestimmt unter. Außerdem bleibt für uns alle kein Platz mehr übrig, wenn er mitfährt. Dann wird er sich eben dazu bequemen müssen, hinter uns her zu schwimmen. Aber dazu müssten wir eben doch die Fesseln abnehmen. Der Drache ist furchtbar stark und wird sich bestimmt sträuben. Weißt du, wie wir das machen? Ganz einfach. Hast du nicht den langen Zahn gesehen, der dem Drachen aus dem Maul steht? An diesem Zahn machen wir eine Kette fest, die wir an Emmas Hinterteil hängen. Wenn er auch nur versucht, sich dagegen zu stemmen, dann wird er das am eigenen Zahn ziemlich unangenehm spüren. Ich wette, er wird so folgsam sein wie ein Lamm. Es geschah genau so, wie Lukas gesagt hatte. Als der Drache versuchte, dem Zug der Kette zu widerstreben, entrang sich seiner Brust ein schmerzliches Stöhnen. Denn der Zahn war seine empfindlichste Stelle. Es blieb dem riesigen Untier gar nichts anderes übrig, als zu folgen. Und während die Kinder gemeinsam mit Lukas und Jim die Lokomotive auf die Straße hinunterschoben, trottete der Drache hinter drein wie ein artiges Hündchen. Im Schutze der völligen Dunkelheit erreichte der seltsame Zug den gewaltigen Brunnen, in dem der Fluss entsprang. Das Wasser strahlte in der Finsternis ein geheimnisvolles, schwaches Goldlicht aus. Es leuchtete von selbst, sodass man seine eiligen Wellen durch die Nacht schimmern sah. Emma glitt lautlos ins Wasser. Die Strömung erfasste die schwimmende Lokomotive und trieb sie mit sich fort. Der Drache, wasserscheu wie alles seinesgleichen, stellte sich entsetzlich an. Aber dann zeigte sich, dass er ausgezeichnet schwimmen konnte, wenn er musste. So trieben sie eine Weile mit der Strömung durch die nächtliche Drachenstadt. Sie waren in einen Wasserfall geraten, der tief, tief ins Erdinnere hinunterstürzte. Die Kinder drückten die Augen zu und klammerten sich fest aneinander. Endlich beruhigten sich die schäumenden Wellen und nach einer Weile zog der Fluss wieder so ruhig und eilig dahin, wie zu Anfang der Fahrt. Nur, dass die Reisenden jetzt durch tiefe unterirdische Höhlen dahin trieben. Als sie nach und nach ihre Augen wieder zu öffnen wagten, sahen sie ein eigenartiges, wundervolles Zauberlicht durch die Dunkelheit schimmern. Tausende und Abertausende von Edelsteinen in allen Farben bedeckten die Höhlenwände und strahlten dieses Feenlicht aus. Wie im Traum blickten die Kinder umher und versanken völlig im Anschauen dieser unterirdischen Wunderwelt. Wie viele Stunden so vergangen waren, hätte keiner der Reisenden sagen können, als plötzlich die Felswände auseinandertraten und die schwimmende Lokomotive mit dem Drachen im Schlepptau ins Freie hinaustrieb. Eine wunderbare Sternennacht empfing sie. Was sind denn das für Glöckchen? Hör doch mal, Lukas. Schaut mal, die Bäume dort am Ufer, die sind ja ganz durchsichtig. Und da ist eine Brücke aus Bozellan. Das ist China. Bestimmt, wir sind in China. Wir sind in meinem Land. Jim, oh Jim, ich freue mich so. Und vor lauter Freude fiel die kleine Prinzessin Jim Knopf um den Hals und gab ihm einen Kuss auf den Mund. So war nun also die ganze Reisegesellschaft tatsächlich auf den Wellen des Gelben Flusses unterirdisch nach China gelangt. Aber die Reise der beiden Freunde von China aus nach der Drachenstadt Kummerland hatte viele Tage gedauert. Und nun hatten sie den umgekehrten Weg in ein paar Stunden zurückgelegt. Ja, wir müssen auf dem unterirdischen Fluss ein ganz mächtiges Stück Weg abgekürzt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis wir in der Hauptstadt Ping ankommen. Und deshalb schlage ich vor, dass uns Prinzessin Lisee erzählt, wie es eigentlich zuging, dass sie in die Gefangenschaft des Drachen gekommen ist. Ich meine, wenn ihr alle Lust habt. Ja, Lise soll erzählen. Ja, Lise soll erzählen. Es war in den großen Ferien. Ich durfte an den Meerestrand fahren, wie jedes Jahr. Mein Vater hatte mir auch erlaubt, sieben Freundinnen einzuladen, damit ich jemanden zum Spielen hatte. Und dann waren noch drei ältere Hofdamen mitgefahren, die auf uns acht gehen sollten. Sie sagten uns jeden Tag, dass wir nicht allein so weit weglaufen dürften, damit uns nichts passiert. Anfangs habe ich es auch eingesehen. Aber als uns die Hofdamen immer und immer wieder dasselbe sagten, obwohl wir alle ganz wohlksam waren, da hatte ich plötzlich keine Lust mehr. Ich habe leider einen sehr starken Widersprussgeist. Also, eines Tages lief ich eben doch allein weg und wanderte am Strand entlang. Immer weiter und weiter. Ich sammelte hübsche Muscheln in meine Spielschürze. Und dabei dichtete ich mir ein kleines Lied. Ich bin die Prinzessin Lissi. Wenn ich nicht will, wenn ich nicht will, mich finde Lissi. Ich bin die Prinzessin Lissi. Ich bin die Prinzessin Lissi. Ich hatte blutrote Segel und auf dem größten war mit schwarzer Farbe eine riesige Dreizehn aufgemalt. Die wilde Dreizehn. Das ist wichtig für uns. Erzähl weiter, Lissi. Die Stelle, wo ich stand, war eine Felsenküste und das Schiff konnte direkt vor mir anliegen. Ich war so erschrocken, dass ich einfach nicht daran dachte, wegzulaufen. Plötzlich sprang ein großer Mann vom Schiffsteck zu mir herüber und packte mich. Er hatte einen ganz sonderbaren Hut auf, mit einem toten Kopf und zwei gekreuzten Knochen darauf. Und in seinem Gürtel steckten viele Messer und Pistolen. Und er hatte auch einen langen, schwarzen Schnurrbart. Ich wollte fortlaufen, aber er packte mich an meinen Zöpfen und hielt mich fest. Ah, ein kleines Mädchen, das ist ein prächtiger Fangen. Nein, nein, ich will nicht, lass mich los. Du kommst uns gerade recht, du kleine Kröte. Er holt mich hoch und fahrt mich einfach durch die Luft auf das Schiff hinüber. Dort führte mich ein anderer Mann auf, der ganz genauso aussah wie der erste. Dann sah ich, dass auf dem Schiffsteck noch eine ganze Menge anderer Männer standen, die sich untereinander alle zum Verwechseln ähnlich sahen. Die Kerle steckten mich in einen Käfig und kümmerten sich nicht mehr weiter um mich, obwohl ich so weinen musste, dass meine Schütze ganz nass davon wurde. Das Schiff segelte in Windeseilen davon und bald war weit und breit nur noch Wasser zu singen. Als es dunkel wurde, zündeten sie Laternen an und setzten sich um ein großes Pass. Jeder fühlte seinen Hunden und dann fingen sie zu singen an. Es war ein Lied, in dem immer was von 13 Mann vorkam. Deshalb hatten sie vielleicht auch die große 13 auf ihr Segel gemalt. Jetzt verstehe ich, warum auf dem Paket, in dem ich drin war, eine große 13er als Absender drauf war. Was für ein Paket? Wenn ihr nichts dagegen habt, dann soll jetzt erst mal Lissi ihre Geschichte fertig erzählen, damit alles hübsch der Reihe nachgeht. Allzu gut, wir waren schon den zweiten Tag unterwegs, ohne dass sich jemand um mich gekümmert hätte. Als es wieder Abend wurde und die Seeräuber wieder um ihr Brandwein versaßen, hörte ich, wie sie sich unterhielten. Der hört zu, Brüder, der hört dazu. Hör dazu, hör dazu. Morgen um Mitternachter greifen wir uns, wir bei den Eisenklippen mit dem Drachenmalzahn. Er wird sich freuen, was wir ihm diesmal mitbringen. Für kleine Mädchen war er besonders viel übrig. Das ist gut, Bruder. Da gibt's endlich wieder neuen Schnaps für uns. Weil er auch ganz in Zeit ist. Fester ist schon bald leer. Wie mir da zumute wurde, könnt ihr euch vorstellen. In der nächsten Nacht wehte ein schneidender Wind. Plötzlich sah ich etwas von Weitem durch die Dunkelheit blinken. Als wir näher kamen, erkannte ich, dass es ein paar schroffe Klippen aus blanken Eisenbahnen, die mitten aus dem wilden Meer auflagten. Und auf einer von ihm saß wartend ein großer Drach. Habt ihr mir wieder was mitgebracht, ihr Teufelskerl? Jawohl! Ist das ein besonders feines, kleines Mädchen? Was wollt ihr dafür, ihr Zauber? Ach, selber wie immer. Ein Fass von echtem, kumulenter Brandwein. Marke Drache-Gurkel. Das ist der einzige Schnaps auf der Welt, der mir und einen Brüdern stark genug ist. Ein ganzes Fass! Das ist mir zu teuer! Wenn du nicht willst, dann fahren wir eben wieder ab. Sie handelten noch eine Weile hin und her, aber schließlich gab der Drache das Fass heraus und bekam dafür von den Seeräubern den Käfig mit mir drin. Wie der Drache mit mir dann von den Eisernen Klippen in die Drachenstadt gekommen ist, weiß ich auch nicht, weil er eine dicke Decke um meinen Käfig wickelte. Ja, und dann waren wir in der Wohnung von Frau Malzahn. Ich wurde wie alle anderen Kinder, die schon da waren, mit Ketten an die steinerne Schulbank gefesselt. Nur nachts zum Schlafen nahm uns Frau Malzahn die Ketten ab. Und da ist es mir einmal gelungen, die Flaschenpost durch das Fenster in den Brunnen hinunter zu werfen. Von da an warteten wir Tag für Tag auf unsere Rettung. Und dann seid ihr gekommen. Ja, das ist meine Geschichte. Also eines weiß ich jetzt jedenfalls genau. In eine Schule will ich nicht gehen. Da lerne ich lieber überhaupt gar nicht lesen, schreiben und rechnen. Ach, kannst du es denn noch nicht? Du bist doch mindestens ein Jahr älter als ich. Bei uns zu Hause in Lumberland gibt es keine Schule, wo Jim es hätte lernen können, verstehst du, Lisi? Außerdem, Jim, in einer richtigen Schule ist das nicht wie in Kummerland. Aber ich bin doch bis jetzt auch ganz gut ohne Schreiben und Rechnen ausgekommen. Wenn Lisi nicht schreiben gelernt hätte, dann hätte sie die Flaschenpost nicht abschicken können. Und niemand hätte sie gerettet. Die Flaschenpost hätte den Kindern doch gar nichts genützt, wenn wir sie nicht befreit hätten. Aber was wäre aus uns und euch geworden, wenn Lukas ebenso wenig Glesen und Schreiben gelernt hätte wie du? Darauf wusste Jim nun allerdings nichts mehr zu antworten. Deshalb schlug Lukas vor, die anderen Kinder sollten jetzt ihre Geschichten erzählen. Und als sie fertig waren, da war die Nacht zu Ende und im Glanz der aufgehenden Sonne leuchteten von Ferne die goldenen Dächer von Ping. Als sie am Flussufer vor den Toren der chinesischen Hauptstadt anlegten, wurden sie dabei von einem Landgendarm entdeckt, der zufällig auf seinem hochrädrigen Fahrrad die Straße entlang kam. Auf der Stelle riss er sein Rad herum und jagte der Stadt zu. Mit heraushängender Zunge strampelte er durch die morgendlichen Straßen zum kaiserlichen Palast. Sie sind da! Sie sind zurück! Die beiden Helden aus Nummerland mit ihrer Lokomotive! Sie haben unsere kleine Prinzessin Lisi mitgebracht! Und viele, viele andere Kinder! Und der Drache ist auch dabei! Sie sind da! Sie sind da! Sie sind da! Es ist einfach nicht zu beschreiben, was für eine Aufregung diese Nachricht in der Hauptstadt auslöste. In kurzer Zeit waren alle Straßen, durch die die Lokomotive auf ihrem Weg zum kaiserlichen Palast kommen musste, mit Blumen, Bändern, Fahnen, Luftschlangen und Transparenten geschmückt. Und zu beiden Seiten der Straße stand die Menschenmenge dicht gedrängt und wartete auf den Einzug der Heimkehrenden. Und dann kamen sie! Emma musste sehr langsam fahren, denn der angekettete Drache war von der langen Reise im Wasser so geschwächt, dass er sich nur noch mühsam und Schritt für Schritt hinterdrein schleppen konnte. Hinter dem Drachen, natürlich in respektvollem Abstand, bildete sich ein Zug von singenden und lachenden Leuten, die so ausgelassen tanzten, dass ihre Chinesenzöpfe wie Propeller kreiselten. Übrigens konnte man noch den ganzen Tag lang in allen Kaufläden alles umsonst bekommen, was man nur haben wollte. Denn niemand hatte an diesem Freudentag Lust, Geld zu verdienen. Jeder wollte jedem Geschenke machen. Als Emma schließlich vor dem kaiserlichen Palast anhielt, sprangen die großen Torflügel auf und der Kaiser kam mit wehendem Gewand die Stufen heruntergeeilt. Hinter ihm sah man den winzigen Ping-Pong, der sich an einem Zipfel des kaiserlichen Gewandes festhielt, um mitzukommen. Lissi! Mein Kind! Meine liebe kleine Lissi! Vater! Hallo, Ping-Pong! Was hast du denn da für ein prächtiges, goldenes Schlafröckchen an? Dann denkt euch nur, ehrenwerte Lokomotivführer, der erhabene Kaiser hat mich anstelle des abgesetzten Herrn Pipapo zum Oberbonzen ernannt. Wirklich? Da gratulieren wir dir herzlich. Meine lieben Freunde, verzeiht mir. Aber die große Freude macht mich stumm. Ich habe keine Worte, um euch in diesem Augenblick meine Dankbarkeit auszudrücken. Seid mir alle von Herzen willkommen. Herr Rabenland-Kaiser, ich bin dumm, Verzeihung. Aber Sie wollten doch immer ein Traum. Richtig, wie konnte ich das nur vergessen? Liebe Emma, es gibt heute auf der ganzen Welt keinen glücklicheren Menschen als mich, weil mein kleines Mädchen zu mir zurückgekehrt ist. An deinem verbeulten Kessel sehe ich, dass du für sie große Gefahren erduldet und Kämpfe bestanden hast. Ich weiß zwar nicht, ob Lokomotiven großen Wert auf Orden legen, aber ich möchte gern, dass in Zukunft alle Leute sehen sollen, was für eine besondere Lokomotive du bist. Darum nehme ich ihn hin und trage ihn. Während der Rede des Kaisers waren zwei Leibwächter erschienen, die einen großen Stern aus purem Gold trugen, so groß wie ein Suppenteller, der an einer riesigen Schleife aus himmelblauer Seide hing. Und unter dem Jubel der Menge wurde Emma dieser Orden feierlich umgehängt. Inzwischen war der Oberhof-Tierwärter des Kaiserlichen Tierparks mit sechs starken Knechten erschienen und hatte einen riesigen Käfig mitgebracht, der auf Rädern fuhr und von vier Pferden gezogen wurde. Der Drache war so kleinlaut geworden, dass er ohne Sträuben in den Käfig hineintrottete, nachdem Lukas ihn von der Kette befreit hatte. Das Fuhrwerk rumpelte davon. Wo bringt er ihn denn hin? Ich möchte nämlich noch einiges von ihm wissen. Wir sperren ihn vorläufig einmal in das alte Elefantenhaus. Du kannst ihn jederzeit besuchen. Ehrenwert der Führer einer ordentlich schmückten Lokomotive. Kurze Zeit später saßen alle als Gäste des Kaisers von China beim Essen. Dabei wurde beschlossen, dass noch diesen Abend ein großes Schiff ins See stechen sollte, das die Kinder in ihre Heimatländer zurückbringen würde. Und dann gingen alle schlafen. Nur Lukas, der Lokomotivführer, zündete sich eine Pfeife an und blieb noch eine Weile mit dem Kaiser zusammen auf der Terrasse des Palastes sitzen, um etwas zu besprechen. Mein lieber, verehrter Freund, Sie und Jim Knopf haben uns allen geholfen. Mir, meiner Tochter und den anderen Kindern, die nun endlich nach Hause dürfen. Aber was wird aus euch beiden werden? Ihnen und ihrem kleinen Freund? Ja, wir können nicht heim. Wenn wir zurückkämen, dann wäre ja alles ganz genauso wie damals, als wir uns entschlossen haben, wegzufangen. Wir müssen eben weiter durch die Welt ziehen. Haben Sie vielleicht irgendeinen Wunsch, den ich Ihnen erfüllen kann? Mein einziger Wunsch, Majestät, ist, mit Emma und Jim zusammen eines schönen Tages nach Lummerland zurückzukehren. Aber dazu müsste wohl so eine Art Wunder geschehen, damit in Zukunft für uns alle genügend Platz auf unserer kleinen Insel wäre. Und diesen Wunsch, den kann mir eben niemand auf der Welt erfüllen. Auch Sie nicht, Majestät. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann lege ich mich jetzt auch ein bisschen aufs Ruhr. Ja, ich bin totmäh. Lukas ging. Der Kaiser blickte ihm voll freundschaftlicher Teilnahme nach. Auch er ahnte nicht, dass es eben doch jemand gab, der das Wunder, von dem Lukas gesprochen hatte, zur Wirklichkeit werden lassen sollte. Jemand, an den in diesem Augenblick kein Mensch dachte. Lukas und Jim schliefen noch immer, erschöpft von der nächtlichen Reise, als sie plötzlich durch heftiges Pochen an der Tür des Palastzimmers, in dem sie untergebracht waren, aufgeschreckt wurden. Macht auf! Macht auf! Das ist sehr dringend! Macht auf! Ich glaube, das ist der kleine Ping-Pong. So? Gezeiht mir, Ihren werte Helden, wenn ich eure so wohlverdiente Ruhe so unsamt unterbreche, aber ich soll einen schönen Gruß vom Drachen bestellen und ihr möchtet doch so freundlich sein und sofort zu ihm kommen. Es wäre sehr eilig. Na nun, was soll denn das heißen? Er sagt, er müsse sich von euch verabschieden. Ich glaube, es ist ernst. Er macht so einen sonderbaren Eindruck, als ob er, als ob er... Als ob er was? Ich weiß nicht recht. Ich glaube, er stirbt. Er stirbt? Rasch schlüpften sie in ihre Schuhe und folgten Ping-Pong eilig in den Park des Palastes. Sie fanden den Drachen in einem großen, alten Stall, der früher einmal für die kaiserlichen weißen Elefanten gebaut worden war. Hier lag er hinter dicken Gitterstäben, hatte den Kopf auf die Tatzen gelegt und die Augen geschlossen. Als Jim und Lukas vor ihn hintraten, rührte er sich nicht. Stattdessen geschah etwas sehr Merkwürdiges. Es war nämlich, als liefe plötzlich von der Spitze der Schnauze über den ganzen riesigen Leib bis zum Schwanzende ein goldener Schimmer. Und nun öffnete der Drache langsam seine Augen, die aber nicht mehr wie früher tückisch funkelten, sondern nur noch sehr, sehr müde dreinblickten. Danke. Danke, dass ihr gekommen seid. Verzeiht. Aber ich kann nicht mehr lauter sprechen. Ich bin müde. So schrecklich müde. Sagen Sie, Frau Malzahn, Sie werden doch nicht etwas sterben? Nein, es geht mir ganz gut. Ich habe euch nur rufen lassen, um mich bei euch zu bedanken. Bedanken? Wofür denn? Dafür, dass ihr mich überwunden habt, ohne mich zu töten. Wer einen Drachen überwinden kann, ohne ihn umzubringen, der hilft ihm, sich zu verwandeln. Niemand, der böse ist, ist dabei besonders glücklich. Und wir Drachen sind eigentlich nur so böse, damit jemand kommt und uns besiegt. Leider werden wir dabei meistens umgebracht. Aber wenn das nicht geschieht, wie bei euch und mir, dann wird daraus etwas sehr Wunderbares. Schau, er macht die Augen wieder zu, Lukas. Sei still, Jim. Da ist wieder dieser goldene Schimm. Wenn wir verwandelt sind, dann heißen wir goldener Drache der Weisheit. Man kann uns alles fragen. Wir wissen viele Geheimnisse und lösen alle Rätsel. Das Wasser des gelben Flusses, in dem ich schwimmen musste, hat mein Feuer ausgelöscht. Jetzt bin ich sterbensmüde. Wenn der goldene Schimmer das nächste Mal über mich gehen wird, dann werde ich in einem tiefen Schlaf versinken und es wird aussehen, als sei ich tot. Aber ich werde nicht sterben. Ich werde ein ganzes Jahr reglos liegen. Bitte sorgt dafür, dass mich niemand berührt in dieser Zeit meiner Verwandlung. Nach einem Jahr von dieser Stunde an werde ich aufwachen und ein goldener Drache der Weisheit sein. Dann kommt zu mir. Ich werde euch alle Fragen beantworten. Aber ein wenig von meiner zukünftigen Weisheit habe ich jetzt schon durch den goldenen Schimmer, der über mich gegangen ist. Wenn ihr also etwas wissen wollt, dann fragt. Aber fragt schnell. Es bleibt nur wenig Zeit. Ja, also... Was soll ich denn fragen? Frag doch wegen Lummerland. Oh ja, ja. Wir möchten gern nach Lummerland zurück. Jim, Emma und ich. Aber für einen von uns ist kein Platz dort, weil unsere Insel zu klein ist und trennen wollen wir uns auch nicht. Was sollen wir tun? Stecht morgen, genau bei Sonnenaufgang, in Richtung Lummerland in See. Am zweiten Tag eurer Heimreise werdet ihr um zwölf Uhr Mittag einer schwimmenden Insel begegnen. Ihr dürft euch aber nicht verspäten, sonst treibt sie vorbei und ist nie mehr zu finden. Diese Art von Inseln ist sehr selten. Wenn ihr diese Insel neben Lummerland verankert, dann werden Korallenbäume vom Meeresgrund emporwachsen, welche die Insel von unten stützen. Und bis Jimknopf groß geworden ist, wird daraus ein festes Eiland geworden sein. Bitte, bitte, wo komme ich her? Woher haben mich die wilde 13, ehe sie mich in das Paket gesteckt haben? Das ist eine lange die Suche nächstes Jahr. Aber jetzt liebt wohl liebt wohl Da ist nichts mehr zu machen, Jim. Wir müssen bis nächstes Jahr warten. Glaubst du, wir finden die schwimmende Inseln? Das wäre wunderbar. Jim, wir müssen es versuchen. Was sich soeben mit dieser bisher so unerfreulichen Person ereignet hat, ist höchst rätselhaft und geheimnisvoll. Wir wollen sofort zum erhabenden Kaiser gehen und ihm davon berichten. Eine Viertelstunde später saßen die beiden Freunde und der winzige Ping-Pong dem Kaiser im Thronsaal gegenüber und besprachen mit ihm das Geschehene. Wahrhaftig, meine Freunde. Ich habe in meinem langen Leben mancherlei gesehen und gehört, was nicht alltäglich war. Aber nichts scheint mir so wunderbar wie dies. Ich werde dafür Sorge tragen, dass nichts und niemand die Verwandlung des Drachen stört. Und morgen früh bei Sonnenaufgang werden wir mit meinem Staatsschiff in See stechen. Wir? Haben Sie wir gesagt, Majestät? Natürlich. Sie beide, meine Tochter Li Si und ich selbst. Ping-Pong wird inzwischen meine Staatsgeschäfte leiten. Kann das Schiff bis morgen früh bereit zur Abfahrt sein, mein lieber Oberbonze? Jawohl, wenn ich sogleich meine Befehle erteile. Sehr gut. Dann erteile doch bitte gleich deine Befehle. Ping-Pong hüpfte in die Höhe und rannte davon, so schnell ihn seine kleinen Beine trugen. Noch am selben Abend verabschiedeten sich die beiden Freunde von den Kindern, die in ihre Heimatländer zurücksegelten. Und am nächsten Morgen, genau bei Sonnenaufgang, stach das Schiff in See, das Lukas, Jim und Emma, den Kaiser von China und seine kleine Tochter Li Si nach Lummerland bringen sollte. Es war strahlendes Wetter und ein kräftiger, anhaltender Wind blähte die hundert schneeweißen Segel. Als erstes kletterten Lukas und Jim zum Kapitän des Schiffes auf die Kommandobrücke hinauf und erklärten ihm die Sache mit der schwimmenden Insel, die ihnen am zweiten Tag der Reise genau um zwölf Uhr mittags begegnen sollte. Der Kapitän, dessen Gesicht von Wind und Wetter so gegerbt war, dass es aussah wie ein alter Lederhandschuh, sperrte vor Staunen Mund und Nase auf. Da sollen mich doch gleich in betrunkener Heife speisen. Ich fahre jetzt schon ein halbes Jahrhundert zur See, aber eine schwimmende Insel habe ich noch nie gesehen. Woher wisst ihr denn so genau, dass sie morgen gerade um zwölf Uhr an uns vorbeikommt? Frau Mahlzahn hat's uns gesagt, ehe sie eingeschlafen ist. So, so. Frau Mahlzahn. Ich kenne die Damen nicht immer. ich glaube eher, ihr seid eingeschlafen und habt geträumt, was? Das hat schon seine Richtigkeit, Kapitän. Frau Mahlzahn ist nämlich ein Drache. Ihr wollt mich wohl verbülken, ihr zwei. Ganz und gar nicht. Es ist unser voller Ernst. Bitte schicken Sie doch auf jeden Fall einen Mann in den Mastkorb, der Ausschau hält, damit wir nicht am Ende vorbeisegeln. So. Wie gefallen kann ich euch tun, Leute. Aber seid ihr wirklich ganz sicher? Ganz sicher nicht. Wir müssen eben sehen, ob es wahr ist. Die beiden Freunde kletterten wieder zum Kaiser und der kleinen Prinzessin hinunter, die auf dem Verdeck in der Sonne saßen. Ah, da seid ihr ja wieder, meine lieben Freunde. Setzt euch zu uns. Ich möchte nämlich gerne eine wichtige Angelegenheit mit euch besprechen. Was gibt's denn, Magestet? Wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich mich öffentlich verpflichtet, meine Tochter demjenigen zu vermählen, der sie aus der Drachenstadt befreit? Richtig, Magestet. Das haben Sie getan. Aber nun seid ihr ja zwei. Was ist da zu tun? Wer von euch beiden soll sie denn nun bekommen? Das ist doch nicht schwer. Derjenige, der sie selber am liebsten mag und ihm sie auch schon einen Kuss gegeben hat. Und welcher von euch beiden ist das? Zum Knopf natürlich. Und außerdem war es Jim, der Lisi befreit hat. Darüber besteht kein Zweifel. Ich und Emma, wir haben ihm bloß dabei geholfen. Ach ja, das freut mich aber wirklich. Zwar sind die beiden ja noch ein bisschen klein, um gleich zu heiraten, aber sie könnten sich ja zunächst einmal verloben. Was meint ihr beiden dazu? Das muss Jim entscheiden. Ja, ich weiß nicht. Ich richte mich ganz nach dir, Lisi. Nein, du musst es sagen, Jim. Na also, dann... Dann sag ich, dass wir die Verlobung in Lummerland feiern. Einen Tag später saßen die beiden Freunde mit dem Kaiser und Lisi zusammen beim Mittagessen. Aber, obgleich es ganz ausgezeichnet gekocht war, gab keiner von ihnen recht Acht darauf. Die beiden Kinder sprangen immer wieder vom Tisch auf und warfen einen forschenden Blick über die Wellen. Und auch der Kaiser selbst starrte manchmal minutenlang Gedanken verloren auf das Meer hinaus. Lukas zog immer wieder seine Taschenuhr hervor und sah nach der Zeit. Nur noch eine Minute bis zwölf. Ob uns der Drache doch angeschwindelt hat? Vielleicht sind wir schon vorbeigefahren und haben die Insel gar nicht gesehen. Das kann ich mir nicht denken. Der Mann im Mastkorb ist ein erfahrener Matrose. Jetzt ist es genau zwölf. Land im Süden. Oh, er hat es entdeckt. Wo ist es? Ich sehe es hier auch nicht. Da, da eine Insel. Eine ganz kleine Insel. Oh ja, da ist sie. Jetzt sehe ich sie auch. Ein Himmel. Was für ein reizendes kleines Eiland. Und wie anmutig es durch die Wellen dahintreibt. Hey, Kapitän. Was sagen Sie jetzt? Ich will mich von einem erkälteten Wagen aus plackwalzen lassen. Wenn ich es nicht selber sehe, würde ich es nicht glauben. Wie fangen wir das Ding denn ein? Habt ihr vielleicht zufällig ein großes Fischnetz an Bord? Haben wir. Hallo! Hallo! Alle mal am Weg! Das große Fischnetz auswärten! Während nun das Schiff in einem großen Bogen um die schwimmende Insel herumfuhr, wurde das Fischnetz ausgelegt, sodass es sich wie eine große Schlinge um die Insel legte. Als das geschehen war, zogen die Matrosen den seltsamen Fang nahe heran, damit man ihn genau betrachten konnte. Diese Insel war zwar noch etwas kleiner als Lummerland, aber fast noch hübscher. Drei grüne Rasenterrassen, auf denen verschiedene Bäume standen, erhoben sich stufenweise. Auf der obersten Terrasse entsprang ein kleiner Bach und rauschte in vielen niedlichen Wasserfällen bis zum Meer hernieder. Natürlich gab es auch Blumen und eine Menge herrlicher, bunter Vögel, die in den Zweigen ihre Nester gebaut hatten. Wie gefällt dir die Insel, Lissi? Oh, Jim, sie ist einfach wunderschön. Ist sie nicht vielleicht ein bisschen klein? Ich meine im Vergleich zu China. Nein, ich finde ein kleines Land viel schöner als ein großes, besonders wenn es eine Insel ist. Ein paar schöne Eisenbahntunnels könnte man anlegen quer durch die Terrassen. Was meinst du, Jim? Tunnels? Das wäre vermust. Hast du schon einen Namen für deine Insel, Jim? Wie wirst du sie nennen? Hm, vielleicht Neulummerland? Hm, das finde ich gut. Und so segelte das große Schiff mit der kleinen schwimmenden Insel Neulummerland im Schlepptau auf das alte Lummerland zu, wo niemand etwas von der Heimkehr der beiden Freunde ahnte. An einem strahlenden Sonntagmorgen saß Frau Waas in ihrer kleinen Küche und Herr Ärmel saß bei ihr und beide hatten sehr bekümmerte Gesichter. Ach, Jim. Mein lieber kleiner Jim. Wenn ihm nur nichts Schreckliches zugestoßen ist, ich mache mir solchen Kummer, Herr Ärmel. Glauben Sie mir, verehrte Frau Waas, dass ich Ihre Gemütsverfassung aufs innigste teile. Ich komme mir geradezu nutzlos vor, seit Jim Knopf mir keine Streiche mehr spielt. Aber lassen Sie uns die Hoffnung nicht aufgeben. Er wird sicherlich eines Tages zurückkehren. Und ich hoffe, auch unser lieber Lukas, der Lokomotivführer. Seine Anwesenheit ist dringend erforderlich. Mein Wasserhahn tropft schon seit Tagen und ich vermag ihm nicht in Ordnung zu bringen. Seit Jim fort ist, gelingt mir gar nichts mehr. Nicht einmal das Erdbeereis, das früher alle so gern mochten. Das ist leider nur allzu wahr, Frau Waas. Es ist mir auch schon aufgefallen. Aber es geht Ihnen nicht anders als seiner Majestät unserem allseits verirrten König Alfons. Auch er ist tief betrübt. Er hat sich sogar schon dahingehend geäußert, dass er seinen Beschluss, die alte Emma abzuschaffen, inzwischen sehr bedauern. Was ist denn da los? Herr Ärmel, schauen Sie doch mal zum Fenster hinaus. Was ist denn da für ein großes Schiff da draußen am Strand? Es ist ja, es hat ja eine ganze Insel im Schiff. das sind am Ende Inselräuber, die es auf Lummerland abgesehen haben. Himmels Willen, was machen wir denn da? Komm was? Komm was? Wir sind da! Komm was? Wir sind wieder da! doch... Herr Ernst, das ist doch Jim! Komm was? Wir sind wieder da! Oh, Jim! Mein Jim! Und dann fielen sie sich in die Arme und begrüßten sich und das dauerte begreiflicherweise eine ganze Weile. Inzwischen kamen auch Lukas und Lisi und der Kaiser von China an Land und schließlich wurde sogar die dicke alte Emma vorsichtig vom Schiff herunter transportiert und auf ihre alten Gleise gesetzt, auf denen in der Zwischenzeit Moos und Gras gewachsen war. Emma trug noch immer ihren großen goldenen Orden mit der blauen Schleife und stieß in einem fort kleine Freuden Pfiffe aus. Als Herr Ärmel, der ganz fassungslos vor Staunen dastand, begriffen hatte, wer da gekommen war, rannte er sofort zum Schlösschen zwischen den beiden Gipfeln hinauf und polterte aufgeregt gegen die Tür. Majestät, Majestät, entschuldigen Sie, gnädigst, es ist von höchster Wichtigkeit, Lukas, der Lokomotivführer ist soeben angekommen und Jim Knopf und ein kleines Mädchen und ein alter Herr, der sehr vornehm aussieht und ein Schiff ist da mit einer ganzen Insel im Netz. Weiter kam Herr Ärmel nicht mehr, denn im selben Augenblick flog die Tür des kleinen Palastes auf und der König stürmte heraus. Er hatte zwar nur ein Nachthemd an, aber seine Krone hatte er in aller Eile schon auf den Kopf gestülpt und nun gab es ein Begrüßen und Händeschütteln und Umarmen, das überhaupt kein Ende mehr nehmen wollte. Inzwischen hatten die Matrosen die schwimmende Insel neben Lummerland festgemacht, so nahe, dass man mit einem großen Schritt hinüberspringen konnte. Unter Jims Führung betrat die Gesellschaft den neuen Grund und Boden und ging darauf spazieren und König Alfons rief ein ums andere Mal Das ist die Lösung des Problems. Wer hätte aber auch uns so was gedacht? Nun leiden wir nicht mehr an Übervölkerung. Zum ersten Mal seit langer Zeit werde ich wieder in Frieden schlafen. Noch am selben Abend wurde die Verlobung von Jim Knopf und Prinzessin Lisi gefeiert. Es war die vergnügteste Verlobung, die man sich vorstellen kann. Überall auf Lummerland und Neulummerland waren bunte Lampions aufgehängt. An Bord des kaiserlichen Schiffes spielte ein chinesisches Seemannsorchester lustige Musik und als es ganz dunkel geworden war, brannten die Matrosen ein wunderbares Feuerwerk ab, zu Ehren des jungen Paares. lukas. 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 « Juli –usions Callum Motive, die emsig vor sich hinschnaufte und winzig kleine Rauchwölkchen ausstieß. Ist das Emmas Kind? Und sie soll dir gehören, Jim. Du musst sie eben gut pflegen, bis sie größer geworden ist. Wie soll sie denn heißen? Wie findest du... Molly! Molly, das ist ein guter Lokomotiv, Gabe. Ein paar Tage später fuhren der Kaiser und die kleine Prinzessin nach China zurück, aber die beiden Kinder konnten sich von nun an so oft besuchen, wie sie Lust hatten, denn das Staatsschiff segelte häufig zwischen Lummerland und China hin und her. Auf der kleinen Insel kehrte das alte, friedliche Leben wieder ein. An schönen Abenden sah man die beiden Freunde oft nebeneinander an der Landesgrenze sitzen. Die untergehende Sonne spiegelte sich im endlosen Ozean und baute mit ihrem Licht eine goldene, funkelnde Straße vom Horizont bis vor die Füße der beiden Lokomotivführer. Und ihre Blicke folgten dieser Straße, die in weite Fernen führte, in unbekannte Länder und Erdteile. Niemand konnte sagen, wohin. Und dann sagte der eine zum anderen... Weißt du noch, Lukas, damals bei Herrn Tutur? Ich möchte wissen, wie es ihm jetzt geht. Und erinnerst du dich noch, als wir durch die Region der schwarzen Felsen fuhren und vor dem Mund des Todes alles verloren schien? Meinst du, wir gehen noch mal auf so eine große Fahrt ins Ungewisse? Kann schon sein, Jim. Es gibt noch eine Menge Rätsel, die wir erforschen müssen. Eines Tages werden wir auch erfahren, woher die wilde 13 dich geraubt hat, als du noch ganz klein warst. Und wer ich in Wirklichkeit bin. Aber dazu müssen wir diese Seeräuberbande, die noch immer die Meere unsicher macht, erst finden und besiegen. Und das, Jim, das wird ganz bestimmt keine Kleinigkeit sein. Und während sie Zukunftspläne schmiedeten, schauten sie auf das Meer hinaus und die großen und kleinen Wellen rauschten dazu an den Landesgrenzen. ráp. 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 Untertitelung des ZDF, 2020